Legendär ist auch sie, die Zeitschrift Vanity Fair. 1913 in den USA gegründet, ist sie ihrem Namen, dem Jahrmarkt der Eitelkeiten, schnell gerecht geworden. Niemand zeigte gewagtere Starportraits, keiner hat mit so vielen Meisterfotografen gearbeitet. Die National Portrait Gallery in London stellt noch bis zum 26. Mai eine Auswahl der Vanity Fair Portraits aus. Wirklich sind es wert, meint Madame Tass. Und damit zu unseren Kinotipps. Zuerst ein heißes politisches Eisen, das der israelische Filmemacher Amos Gittay anfasst. In der Hauptrolle mein persönlicher französischer Lieblingsleinwandstar, die umwerfende Juliette Binoche.